Das muss die Sauerstoffmaschine sein, über die sie... Och, not. War das ein... Egal. Was für ein Traum, vielleicht sollte ich mehr Dokumentation ziehen. Dieses Haus ist ziemlich groß für eine Frau. Ich muss gerne zu Fuß gehen. Was ist das für ein Geräusch? Hobby. Don't look at me. Bleiben. Wir bleiben. Oh, schmuck, schmuck. Die Tür ist zu. Mal was, da hätte sie mir schon was gegeben. So lief, da geht das gut. Keine Ahnung. Ah, we're back to the place Olive had her fall. Don't grow too attached to Dawn. Remember, you are a wild cat. Das ist ein ... Was für ein Heddy hat die. Was für ein Heddy hat die. Das sieht auch schön aus. Toilettenpapier. Kamera? Dankeschön Kamera. Es ist Zeit zu lernen, für die Familie zu sorgen. Es ist langweilig. Können wir heute wieder nach draußen gehen? Ich glaube nicht. Können wir rausgehen. Das bringt nichts. Hm. Umwerfen, vielleicht später. Umwerfen. Und klatsch. Valiant Effort, Dorn. Gut gemacht. Welches Angebot wäre das am besten für Olivia? Auf dem Abflug. Hallo? Ich glaube, das wird zu sein. Der Wildcat muss jetzt seine Wünsungen mit dem Rödel teilen. Ja. Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe. Das ist für die Wünsungen. Das ist für die Wünsungen. Hashtag. Und nicht. Meine Ahnung. Kranken-Schwister. Es ist Sherry, die Nürse aus dem Krankenhaus. Wie fühlst du heute? Bitte, mich in Olive. Es geht wieder. Da ging nur ein Telefon. Wo ist denn das? Hey, Mama. Ich glaube, du fährst einfach auf eine Walk, weil die Nürse mich gerade telefoniert hat. Schau das Krankenhaus an. Ich glaube, die rucht so schnell nicht mehr an. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Wie sie sagen, wenn die Möglichkeit knackt, muss man alles über das Haus verbreiten. Das wird sicherlich bringen die ganze Hausverteile hin. Warum versuchen wir nicht zu schützen, in jedem Raum zu bekommen? Das wäre doch ein sehr altes Zeit, Dawn. Trampel, 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 trampel. Neum. Ups. Durch die ganze Couch. Durch die ganze Couch. Gehen durch, trampeln. Haben die auch. Im Stuhl herauf. Am Tisch. Gehen durch, neum. Das ist richtig. Seid destruktiv. Der Wildcat muss sie sich aufwenden. Neum. 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 der die ab ab auf am der der die 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 Ich will los tut mir leid. Trampel, 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 Trampel. Einmal mal ein bisschen Textur auf den Boden. Verlegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ein bisschen Textur auf den Boden. Oh, ein bisschen Textur auf den Boden. Was kann ich jetzt am besten machen? Oh, ein bisschen Textur auf den Boden. 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 Oh, ein bisschen. Oh, ein bisschen Textur auf den Boden. Oh, ein bisschen Textur auf den Boden. Lieber, du machst jetzt besser auf. Es ist mir zu schimpfen. Er wacht nicht auf. Untertitelung des ZDF, 2020